Was sollst du nicht sagen? Ich brauche mir das nicht antun. Ich habe eine Frage an die beiden Mädels. Könnt ihr euch was bitte anziehen? Ich muss, ich gucke immer dahin, wenn ihr da steht. Warst du erst mal schockiert? Ich finde es einfach nicht passend fürs Camp. Es ist keine Dating-App hier. Dieses Freizügige können die gerne zu Hause machen. Stört dich unser Hintern? Ja, aber ich denke, ich bin nicht der Einzige.